Hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge von Jurassic Battle und dies ist eine ganz besondere Folge. Es wird hier keinen Dinosaurierkampf geben in der Folge, aber diese Folge ist sehr wichtig, falls ihr einer der Dinosaurier werden möchtet, die hier noch bei Jurassic Battle in dem Turnier sind, die sozusagen einen Kampf gewonnen haben und damit eine Runde weiter sind, weil ich werde in diesem Video die Dinosaurier an euch verlosen, die hier noch drin sind und wie ihr einer der Dinosaurier werden könnt, das erfahrt ihr jetzt von mir. Und zwar würde ich sagen, ich blende zunächst erstmal einmal alle Dinosaurier ein, die hier noch im Turnier sind und die dürfen jetzt hier alle sein und ihr müsst euch jetzt für ein dieser Dinosaurier entscheiden. Am besten wählt ihr hier euren Liebling aus, weil ihr dürft keine multiplen Antworten geben. Das heißt, ihr dürft nur eine Antwort in die Kommentare schreiben. Das heißt, ihr müsst euch für ein dieser acht Dinosaurier entscheiden, weil falls ihr doppelte Antworten reinschreibt, zum Beispiel T-Rex und Indominus Rex in die Kommentare, dann ist leider euer Vote ungültig, dann nehmt ihr hier nicht teil, weil dann werde ich euch aussortieren. Und tut das nicht, weil ich werde es auf jeden Fall kontrollieren, wenn ich euch ziehen sollte. Und schreibt auf jeden Fall dahinter, ihr müsst immer in die Kommentare jeweils schreiben, Hashtag und dann den jeweiligen Dinosaurier, zum Beispiel Hashtag Tyrannosaurus. Und dann schreibt dahinter, warum ihr gerne der Tyrannosaurus sein wollt. Das ist ganz wichtig, tut das und mit etwas Glück wähle ich euch dann aus. Und wie gesagt, wählt bitte nur einen aus, sonst schießt ihr euch ins eigene Bein. Genau, ihr wisst ja jetzt, wie ihr einer der Dinosaurier werden könnt. Und damit das Ganze noch spannender wird, ich sage euch jetzt schon mal vorweg, in der nächsten Runde wird jeder Dinosaurier zwei Modifikationen zugelost bekommen. Das heißt, hier wird nicht einfach klassisch der Dinosaurier gewinnen, der auch am stärksten von Jurassic World Evolution von dem Spiel einfach ist. Hier wird auch ein bisschen der Zufall und das Glück entscheiden, welche Modifikationen die jeweiligen Dinosaurier dann zugelost kriegen. Aber wie das Ganze hier mit den Modifikationen ablaufen wird, das werde ich auf jeden Fall nochmal erklären, sobald hier das erste Video rauskommt, wo dann das Ganze in Kraft tritt. Also seid auf jeden Fall gespannt. Und falls ihr einer der Dinosaurier werden möchtet, schreibt auf jeden Fall in die Kommentare. Würde ich mich sehr darüber freuen, wenn ihr hier teilnehmt. Und ich drücke euch natürlich allen fest in die Daumen, dass ihr hier Glück habt, dass ihr euer Liebling werdet. Und falls euch das Ganze hier gefällt, das ganze Projekt, würde ich mich sehr über ein Feedback auch in den Kommentaren freuen, wie euch das Projekt hier gefällt. Ob es euch Spaß macht, dass ihr hier jetzt teilnehmen könnt. Und wenn euch das Video gefällt, würde ich mich auch sehr über ein Like freuen. Und wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, dann dürft ihr auch gerne abonnieren und die Glocke aktivieren. Und damit verabschiede ich mich. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein, Leute. Macht's gut. Haut rein, Leute. Untertitelung des ZDF, 2020